Willkommen nach Österreich, wo jetzt pünktlich zu Ostern eine Debatte über die Feiertage ausgebrochen ist und so dann über die Privilegien der katholischen Kirche. Sollten solche Feiertage nicht auch anderen Religionen zustehen? Zwei Wochen vor dem Volksbegehren gegen eben diese Kirchenprivilegien findet Kardinal Schönborn überraschend deutliche Worte. Die katholische Kirche kann sich durchaus vorstellen, mit weniger Feiertagen auszukommen. Es gibt Feiertage, die von der Kirche durchaus nicht privilegiert werden. Das ist zum Beispiel der Ostermontag und der Pfingstmontag. Ausgelöst hat die Debatte die Initiative gegen Kirchenprivilegien. Wir haben deren Chef per Skype auf einer Almhütte erwischt. Es geht uns nicht darum, die Feiertage abzuschaffen. Wir sehen eine gewisse Schieflage in den Feiertagen, dass es eben in Österreich sehr viele mit christlichem Hintergrund sind. Also da könnte man Ausgewogenheit herstellen, aber man könnte auch die Feiertage an sich säkularisieren. Und religiöser Hintergrund oder nicht, die Frage ist, welcher Politiker traut sich Feiertage abzuschaffen?